Es war einen Tag, finde ich ganz gut hier in NRW. Also Osnabrück ist nicht weit von Damme entfernt. Da komme ich her und bin jetzt gerade mit meiner Schwester hier, um ein Kleid für die Hochzeit zu kaufen. Wieso kommen Sie heute nach Osnabrück? Weil wir frei haben und shoppen gehen. Und weil wir in der Reha sind und wollten bummeln. Wie beurteilen Sie die Parksituation hier in Osnabrück? Geht so. Wir haben jetzt den dritten Platz angesteuert. Aber wir haben nicht am Parkhaus angehalten, sondern an der Straßenseite mit so einem Parkautomat. Wir sind mit dem Zug gekommen, um das zu umgehen. Weil es heute wahrscheinlich sehr stressig wird, einen Parkplatz zu finden. Ist es Ihnen nicht zu heiß zum Shoppen? Nein. In den Geschäften ist es kühl. Und hier draußen zu sitzen, gleich noch ein schönes Eis zu essen, das passt wohl. Ist es Ihnen zu heiß zum Shoppen? Nein, wirklich nicht. Aber wenig los. Es war sonst mehr los. Zum Shoppen ist es nie zu heiß. Da gibt es ein schönes Eis, um was zu trinken, dann ist das super. Eben drum. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.